Ich will das andere Video sehen, wo die gegeneinander... Vielleicht war es auch bei Sascha auf dem Kanal, kann auch sein, ne? Das kann es auch sein, umschreiben, umschreiben kann es auch sein. Das hier ist sehr, sehr gut oder das hier. Wir können auch beide einfach. Okay, machen wir erst das erste und dann das zweite. Heute geht es nämlich um die Ehre, heute kommt ein anderes Wort für mit einem Gast... Oh, wie jung der ist, ey, der Sascha. Der schon lange, 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 lange nicht mehr auf meinem Kanal war. Wir haben schon lange nichts mehr zu zweit gedreht. Wir wissen alle nicht, wer es ist. Ich rufe ihn rein, es ist kein geringerer als... Ich wünsche mir immer, immer wenn ich mit ihm drehe, ist er bei mir so ganz tiefenentspannt. Ich frage mich, wann er mal so aufdreht. Was muss passieren, damit er mal so aufdreht? Zeit läuft ab jetzt. Ein anderes Wort für Stuhl zum Beispiel. Das reicht auch schon wieder. Ich würde sagen, wir machen... Sorry, Jungs, ne, wenn euch das zu laut ist. Eine kleine Testrunde, damit es jeder versteht. Die Testrunde zählt noch nicht. Ein anderes Wort für... Bawawang! Tisch. Stuhlstuhl! Ich würde sagen, wir haben alle gesehen, wie wir das Spiel nicht spielt. Wir fangen an. Es geht um die Ehre, Digger, wenn ich heute nicht gewinne. Wenn ich heute nicht gewinne... Okay, ein anderes Wort für Auto. Ein Fahrt von Vorbewegungsmitteln. Kannst du das? Ja. Ja. Was ist los? Ja, Digger, ich bin noch nicht da. Was willst du machen? Was hat er überhaupt am Handgelenk? Sieht aus wie der Submariner. Ich stehe immer davon aus, dass du nicht da bist, oder? Ein anderes Wort für Haus. Kfz-Potenbewegungsmitteln. Oh Gott. Alles klar, Digger. Was sagst du? Oh, wie süß. Du siehst die beiden, ne? Ja. Besonders der Sascha. Hier. Ja, kann man durchlassen, ja. Du hast dich durchgehen lassen. Ey, Sascha, wo ist ein anderes Wort für... Wo sind die ganzen guten Videos? Sascha, wo ist das Format? Das Format muss back sein. Blume. Strauß. Ähm... Pflanze. Pflanze. Ein anderes Wort für Blume. Was hast du gesagt? Das ist der Wortstamm. Also... Nein, nein, aber was hast du gesagt? Pflanze. Pflanze. Das ist klar, Digger. Pflanze. 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 Ein anderes Wort für Essen. Ey, Marten. Warte. Nao. Ja. Faaar. Pum, Alter, was ist da los, Digger? Oh Mann, Lass. Ein anderes Wort für Geld. Money. Ich hab Münzen. Scheine. Money ist auch gut, ne? Währung. Währung. Oh. Das sind wirklich die Basics hier. Du lebst dich die ganze Zeit raus. Ja, ja. Ich gucke mal so nachdem und so, oh ja, Jungs. Spenny, bitte, nächstes Bücher, danke schön. Sorry, Jungs. Anderes Wort für Hose. Tschüss. Der Anderes Wort für Hose. Anderes Wort für Hose. Schlüpfer. Ja, ist halt Jüder wiegert eben mit dem Geld eigentlich. Kleine. Ja. Anderes Wort für Wasser. H2O. Ne, hab ich jetzt nicht. Pflüssigkeit. Pflüssigkeit, ja. Ey, this game ist auch hier, also. Anderes Wort für Sauerstoff. H2O. Ja, H2O1. Äh, Luft. O2, O2. Ja. Hauptsache, ich sag Wasserstoff, ey. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Okay, ein anderes Wort. Hä? Was ist halt der Video? Wieso? Na, das ist sehr lustig. Ich liebe das Video. Okay, aber nicht. Das Video ist sehr, sehr, sehr gut. Wirklich, ich liebe das Video. Ein anderes Wort für Heiß. Köln. Oh, oh, oh. Ein anderes Wort für Erde. Boden, Grund. Nicht die Erde. Planet. Ja, ohaaa! Ein anderes Wort für Plastik. Er hat das mit dem Bart schon damals immer gemacht, ne? Boom, Alter, was ist hier los, Freunde? Ein anderes Wort für Rap. Hip-Hop! Sprechgesang! BOOM ALTER! Wie ich dich schon aus anderem! Und da guckt der nämlich ganz dumm in die Linse! Mit der hier Formel 8 sogar! Sascha hat's verdient, ey! Zu jeder Tageszeit! Was ist das? Taschentuch! Tempo! Tempo! Ein anderes Wort für Papier! Papierus! Blatt! Blatt! Papierus! 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 Das ist auch gut, ne? Der hier, der ist mein, der ist, der, den mag ich besonders. Das sind der hier. Also, das Wort für Toilette! Ähm, bitte! Ich hab's gehört! Also, mein Punkt noch! Äh, BZ! Ähhhh! KZ! KZ! Ich schwöre, bei mir kam. B! Oder sag... Bei Mima! Komplett ohne Witz, okay? Alter, mal echt! Aber ich hab das W schon gebracht! Das ist jetzt nicht... Nein, Mima ist das gut! Beim Fußball ist das auch so! KZ! Boah, ich glaube, das ist scharf! Das ist in Slow Motion Trainer, ne? Ein... Okay. Das ist wieder ein bisschen komisch, aber... Aber trotzdem, ein anderes Wort für reifen. Alter du dummes Arschloch. Was reimt sich auf... Ach, komm. Komm mal raus. Bringst du den ultimativen Reim? Bringst du den? Ja. Ja. Was reimt sich auf Gemüse? Gemüse. Ja? Danke, das ist fertig für den ultimativen Reim. Hey, man merkt eine gewisse Aggression hier in der Runde, ne? Soll ich dir sagen, was ich auf Gemüse reimt? Felgendüse. Und mal wieder muss ich mir die Frage stellen. Warum? Warum reimt es sich sogar? Ein anderes Wort für Scheißen. Nein! 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 Du schaust ein anderes Wofür. Du schaust mich gar nicht an. Das ist mein Kanal. Das ist mein Video. Man schaut dann immer auf den Cooleren. Ein anderes Wort für... Man achtet immer auf den Cooleren. Besoffen. Betrunken! Was? Bist du behindert? Ich krieg nen Anruf rein. Punkt für Sascha. Ein anderes Wort für Leidenschaft. Gerne. Hobby. Gerne. Nein, die letzten Punkte. Die nehm ich so mit. Ein anderes Wort für... Gefrorenes Wasser. Eis! Ist egal. Ich bin ruhig. Mein Herz steckt mir wirklich bis zum Hals. Meine Aussage, okay? War ja Nico bei der einen Sache schneller. Das siehst du ja im Video. Aber wenn er schneller sein sollte, dann steht es trotzdem unscheaten. Weil jetzt gerade steht es 10 zu 0 für Sascha. Und Digga, du wirst sehen, ich war der Schnellere. Und damit ist die heutige Episode beendet. Und ich würde sagen, wenn ihr euch die Episode gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich gehe als Gewinner hier raus. Ich kann in Ruhe. Wollt ihr trinken gehen, Alter? Digga, vielen Dank für deine Teilnahme. Bitte verpist dich und komm nicht wieder wieder. Sehr, sehr gut. Aber das war noch nicht das andere Video. Das haben wir jetzt gerade geguckt, ne? Ja, das haben wir geguckt. Das hier, das hier. Ich glaube, das hier war richtig krass, ey. Parallel zu diesem Video ist auch das erste Video auf einem Zweitkanal oder gegangen. Ihr müsst dafür einfach nur den ersten... Ihr müsst einfach dafür den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Zu diesem Anlass habe ich mir heute um Schreiben ausgesucht als Episode mit einem Gegner, den ich auch schon sehr, 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 sehr viel zu lange kenne. Danach wechseln wir zu Jeremy, okay? Und zwar ist kein geringerer als mein Rivale und... Ja, Rivale. Da war der, glaube ich. Okay, oh! Niko, du hast das erste Video auf meinem Kanal schon gesehen. Wie fandest du's auf meinem Zweitkanal? Also das erste Video auf meinem Zweitkanal? Perfekt! Das war die letzte und letzte, die ich höre und wollte... Drei, zwei, eins, jetzt! Spendy hat hinter der Kamera Begriffe aufgeschrieben, die er umschreiben wird. Der erste, der jeweils von uns halt mehr Punkte erreicht am Ende der... So, und ganz kurz von vornherein, ja? Ich möchte genau das Wort hören, was hier draufsteht. Das, was hier draufsteht. Dann, dann tu mal das da ein bisschen weg, weil man sieht's schon ein bisschen durchschreiben. Echt, okay. Ein, äh... Raucher benötigt das... Zigarette! Verzeih. Okay. Davon gibt es ein Lied. Und dieses Lied habt ihr mal verarscht. Ey, warte! Ey, warte! Ey, nee, nee, nee! Sofort! Kommt der Mund doch raus, heute! Es gibt Spieler. Es ist eigentlich eine Wintersportart. Heiß, okay! Heiß, okay! Weiß auf die Schläger. Ja, Schläger. Ja! Manche Menschen... ...heizen damit. Auto! Öl! Öl! Digga! Auto! Auto! Auto, ja! Wenn man, äh, im Büro ist, ja? Schreibt den Stuhl! Und man... Und man möchte sich... Kugel-Dikurschreiber! ...sich hinsetzen. Stuhl! Endlich, Alter! Mann, ey, Alter! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ich spür's grad! Die Unterkategorie ist... Zum Beispiel eine Blume! Flower! Pflanze! Flower! Die Überkategorie! Nee, Spaß! Überkategorie! Unterkategorie! Wie ist halt die Blume? Der hat schon nicht... Wenn ich ausnahmsweise mal recht gehabt! Die Überkategorie ist die Pflanze! It was at this moment... A new... He fucked up! What? 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 Der Zeitwester benötigt... Die Zeit! Ne Uhr! Ich seh, bei Latz und Görl geht grad nur folgendes... AHHHHH! 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 Es ist ein Planet! Erwe! Maus! Vetus! Mond! NUMBER UNMA! 1989! Weltregel! Die Mauer! Fuck! Ja, fertig! Um seinen Kopf beim Schlafen zu stützen wird... Wett zu kissen! Pissen, kissen! Fuck! Ich komm zurück! Ich komm zurück! Ich komm zurück! Ich komm zurück! Wahrscheinlich braucht man ganz fett, um den Kopf zu stützen! AHHHHH! Ein Ort... ... in dem ich nur nie war! Zauner! Karton! Was soll denn schon sein? Fehlt das Studio? Ne! Hä? Da lernt man! Schule! Ja! Ich dachte es kommt eigentlich von euch mal eben gleich rausgeschossen, aber... Danke Leute man! Dass ihr nicht drauf gekommen seid! Und ich frage mich... Wieso zum Fick... ... hat Spendi die Begriffe ausgesucht? Kaufmann... AHHHHH! Ein Ort... ... in dem man feiern geht! Klub! Disco! AHHHHH! Komischer! Gruselgar ist ja kein CD-Spieler oder sowas! DVD, 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 DVD! Gettoplasse! Ne! Kassettenspieler! Ey! Schallplandspieler! Ja! Ja! Eine Person, die... ... elf... ... Leute... Tor-Trainer! Trainer! Bundes-Trainer! Fußball-Trainer! Ah Scheiße! Trainer! Trainer! Wenn man jetzt zum Beispiel... ...like-Schuhe holt, ja? Einfach klar! Sugar! Ist es original? Verkäufer! Und in dem Fall ist es nicht original? Fälschung! Fälschung! Fake! Anderes Wort? Nachmache! Äh... Plagiat! Ja! Oh ja! Mann, Alter! Ja! Ah, okay. Das sollte er jetzt ja auch. Das ist ein Fluss, okay? Bach liegt in einer tropischen Gegend. Amatonos. Amatonos. Das sieht so aus, als hätte er irgendwie den ganzen Tag nichts getrunken oder so. Ich weiß nicht. Also als wäre er auf jeden Fall richtig und frei. Ja, es gibt ja sowas wie Nike und... Guck mal, die Gesichtsbarme. Was für ein Unterschied da los. Was geht denn ab, ey? Marken halt, okay? Aber wenn man jetzt sowas... Man sagt nicht, es ist eine Marke, sondern es präsentiert eigentlich ein YouTuber, sag ich mal. Jeder YouTuber verkauft etwas. Merch, Merch, Merch. Oder wie umschreibst du... Okay, schau mal. Wir machen Videos, ja? Und die Leute... Filme, ja. Ganz böses Ding, Digga. Darf ich mich mal ausbrechen lassen? Also, du hast einfach rausgefüllt. Man befährt erst jeden Tag. Autobahn. Schnellstraße. Straße. Ach, komm schon. Danke, Dirk, dass du mir die Idee gegeben hast. Letzter Begriff, ja? Okay. Machen wir nichts unbedingt zum Leben. Luft. Trinken. Wasser. Ah, Wasser. Warum muss ich... Auf meinem Kanal nehme ich nicht den letzten Punkt mit, Alter. Ich nehme nie den letzten Punkt mit. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ja? Ich spiele jetzt hier mal mit offenen Karten. Es ist mein Kanal. Es ist umschreibend. Es ist ein Format von mir. Dazu hat es Spaß gemacht mit dir. Aber so wie auf deinem Kanal, sowohl auch auf meinem Kanal, gehe ich als Sieger hervor. Nein. Ähm, es ist 10-10. Es ist unschief. Wie ich gesagt habe, ich gehe jetzt die Winterreform. Das ist der heutige Zeit. Dein Torf, danke, dass du mitgemacht hast. Bitte verpiss dich und komm nie wieder da. Spendig vielen, kein vielen Dank für deinen Scheiß-Einwürfelk. Was auch immer. Leute, wenn euch die kleine Episode gefeiert hat, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir müssen wieder nichts machen, wenn es wieder eins ist. Ich wüsste, dass das so gut ist. Ach ja, die alten Videos. Wahnsinn.